Hier zeigen wir dir die einzelnen Schritte unserer TrueTape-Applikation für den Trizeps. Du brauchst für diese Applikation nur einen TrueTape Precut-Streifen. Achte beim Tapen darauf, dass die Haut trocken und sauber ist. Reiße das Backing-Paper des TrueTape-Streifens am Logo ein und klebe den Tape-Anfang ohne Stretch auf den Trizeps-Ursprung an der hinteren Schulter. Hebe nun deinen Arm und verschränke ihn hinter deinem Kopf. Ziehe das Backing-Paper weiter ab und knicke es kurz vor dem Ende um. Tape mit 25% Stretch über den Trizeps auf der Oberarmrückseite. Klebe das Tape-Ende ohne Stretch auf. Reibe die gesamte Applikation noch einmal gründlich von innen nach außen an und du bist fertig. Das war unsere TrueTape-Applikation für den Trizeps. Für mehr Informationen oder für weitere Step-by-Step-Taping-Anleitungen besuche uns auf www.true tape.de www.true tape-ein-aplikation.de Vielen Dank.